Einen wundervollen guten Tag zusammen und willkommen zurück zu Kotlin. Heute wollen wir uns Mutables genauer anschauen. Mutables sind eine Art und Weise, wie ihr wirklich Veränderungen innerhalb eurer Liste oder eurer Map oder was auch immer zulassen könnt. Das bedeutet, ihr könnt hier sagen, hey, wir machen hier eine Mutable Map zum Beispiel. Ne, lass mal, wobei doch, lass das uns hier machen. Wir sagen hier eine Val Mutable Map. Ja, und diese Mutable Map, die bekommt einfach Mutable Map als Typ. Und das ist wirklich ein eigener Untertyp von einer Map. Das heißt, wir sagen hier zum Beispiel String, Int. Das ist genau dasselbe wie das, was wir hier oben gemacht haben, nur dass es jetzt eben Mutable ist. Und wir schreiben einfach nur vorne dran Mutable Map Off. Okay, und dann sagen wir hier Hello to 1 oder to 0, ist völlig egal. Und dann haben wir hier noch einen zweiten Wert, ähm, world to 42. So, und ja, jetzt haben wir hier quasi eine Mutable Map erstellt. Nun geht das natürlich auch mit Mutable Sets und Mutable Listen. Das heißt, wir haben hier einmal Mutable List als Typ. Wir haben Mutable Set als Typ. Und beide sind sozusagen, naja, eben Mutable. Nun, was bedeutet Mutable? Mutable heißt, es sind, ähm, naja, ist eigentlich nicht gerne gesehen, wenn man die verwendet, aber es sind veränderbare Inhalte. Und das heißt, ich kann hier sagen, okay, ähm, ich verändere den Inhalt meiner Map in meiner Map selber. Und das ist ein Unterschied zu dem, was wir bisher gemacht haben. Wenn ich My Map, also die nicht Mutable Map, plus Pair 2 rechne, oder My Pair 2, um genau zu sein, My Pair 2 rechne, dann liefert mir das eine neue, eine wirklich neue Map, die so noch nicht in meinem Speicher vorkommt. Das heißt, meine My Map ist immer noch da, ja, aber meine neue Map, die hier als Rückgabewert von My Map und My Pair entsteht, sozusagen, die ist einfach neu, ja, das ist eine neue Map, die so einfach noch nicht existiert. Das heißt, ich kann mir das hier auch einfach so schreiben, weil My Map 2 ist gleich My Map plus My Pair 2. Und dann habe ich immer noch My Map 2 und My Map. Beide sind noch vorhanden und beide sind auch absolut noch legitim und ich kann beide benutzen. Ich habe quasi den Inhalt von My Map nicht verändert. Das heißt, wir sehen hier dieses Ausrufezeichen gleich 2. Ähm, ich habe den Inhalt von My Map nicht verändert. Während, wenn ich jetzt mit einer Mutable Map arbeite, dann verändere ich. Ähm, für die Leute, die vielleicht aus dem Grafikbereich kommen, das ist wie mit Ebenen Masken zu arbeiten, ja. Ähm, man verändert sozusagen den Inhalt einer Ebene nicht, wenn man mit einer Maske arbeitet, während, wenn ich jetzt, oder mit mehreren Ebenen arbeitet, während, wenn ich jetzt hier was mache, dann verändere ich den kompletten Inhalt, ja. Also, wenn ich mit einer Mutable Map arbeite, dann habe ich wirklich ein, 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 dasselbe Element immer noch in der Hand. Ähm, gut, ich muss es natürlich auch variabel gestalten. Ähm, dasselbe Element in der Hand. Und, ähm, es ist halt einfach verändert. Das heißt, Mutable, äh, Quatsch, ohne wahr. Mutable Map Plus gleich, ja, My Pair 2. So. Ähm, das ist ein bisschen doof gemacht jetzt hier in Kotlin. Ähm, man kann den Plus gleich Operator hier nicht wirklich benutzen, weil, ähm, sich Kotlin nicht sicher ist, ob ihr jetzt hier gerade Plus und Gleich haben wollt, also quasi zwei Operatoren, oder ob ihr jetzt hier tatsächlich den Plus-Assign-Operator haben wollt, also ob ihr Plus gleich haben wollt. Ähm, ist ein bisschen doof gemacht. Plus-Assign wollen wir natürlich haben. Plus-Assign. Machen wir hier. So. Und, ähm, ja, das ist im Endeffekt genau das, was wir hier haben wollen. Wir verändern jetzt wirklich unsere Mutable Map. Wir brauchen das nicht irgendwie Mutable Map gleichzuschreiben, sondern wir verändern wirklich dieses Ding auf, äh, an sich. Printline Mutable, Mutable, ach, komm schon. Mutable Map.toString. So. Und, ja, das sieht folgendermaßen aus. Ähm, wir sehen hier Hello gleich 1, World gleich 42 und Ausrufezeichen gleich 2. Ja. Und damit haben wir quasi bewiesen, wir haben das Element selber, also dieses Mutable Map, was wir hier oben definiert haben, haben wir nicht überschrieben, sondern wirklich den Inhalt davon geändert. Das heißt, es belegt immer noch denselben Platz im Speicher. Ähm, grundsätzlich, wie gesagt, funktioniert das auch mit Listen, mit Sets und so weiter und so fort. Aber es ist nicht gerne gesehen. Also, es ist eigentlich schlechter Stil, wenn man Mutables verwendet. Manchmal kann es einem Arbeit ersparen, dann könnt ihr das ruhig verwenden. Aber grundsätzlich sollte man eigentlich schauen, dass man es nicht allzu sehr verwendet. Und ich denke, das ist auch ein ganz guter, eine ganz gute Richtlinie. Okay. Ja, das war es eigentlich auch schon wieder von Mutables. Und ich hoffe, es hat euch gefallen. Wir hören uns beim nächsten Mal. Bis dann. Ciao. Ciao.